Hallo Leute, ich bin der Smilefriend und willkommen zu diesem SimCityBuilded Video. In diesem Video will ich euch zeigen, wie man schnell Geld verdienen kann. Ihr seht, ist mein Stadtlager sehr voll. Ich habe 36 Stahl. Hier sind ziemlich viele Leute, die mir was abkaufen wollen. Holz, ziemlich viel Stahl und nochmal ziemlich viel Stahl. Außerdem sind meine Fabriken komplett fertig. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Normalerweise kriegt man Geld, wenn man zum Beispiel Häuser baut. Allerdings ist da das Problem, dass man auch Erfahrung bekommt und dadurch ein Level höher steigen könnte. Das ist leider nicht so nützlich. Deshalb habe ich eine Methode entwickelt, wie man trotzdem schnell Geld verdienen kann. Man stellt sehr viel von einer Sorte her. Ich habe jetzt überall in meinen Fabriken nur Stahl hergestellt. Man sieht, was daraus wird. Hier wollen alle ganz viel Stahl kaufen. Das Spiel merkt sich, wie viel man vorhanden einer Sorte hat. Und wenn das Spiel denkt, das ist viel zu viel, dann bieten sie an, dass man die ganzen Sachen los wird. Tja, jetzt kann ich schnell Geld verdienen. So kriegt man ganz schnell viel Geld und ohne noch dazu Erfahrung zu bekommen. So krank. So krank. So krank. So krank. So krank. Vielen Dank.